Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ich weiß, wie du NordVPN kostenlos bekommst? Und nicht nur die kostenlose Testphase, sondern für viel länger. Richtig, heute zeige ich dir, wie du NordVPN kostenlos nutzen kannst und welche Schritte du dafür unternehmen musst. Die erste Möglichkeit, NordVPN kostenlos herunterzuladen, ist die kostenlose Testversion. Dabei gibt es zwei Besonderheiten zu beachten. Erstens ist die Testversion nur für sieben Tage verfügbar und zweitens ist sie nur für die NordVPN Android App zugänglich. Zum Glück brauchst du sie nur, um die Testversion zu aktivieren, also kannst du dafür auch einen Emulator verwenden. Ich persönlich habe gleich nach der Aktivierung der kostenlosen NordVPN Testversion auf Windows umgestellt, aber es gibt auch Apps für macOS und iOS. Du hast also die Wahl. Kein Problem, wenn du mehrere Geräte benutzt, denn NordVPN erlaubt es dir bis zu sechs davon gleichzeitig zu nutzen. Der einzige Nachteil der Testphase ist, dass du sie kündigen musst, sonst werden dir die Kosten für den nächsten Monat in Rechnung gestellt. Selbst wenn du NordVPN weiter nutzen möchtest, ist der Grundpreis nicht derselbe. Deshalb empfehle ich dir, einen NordVPN-Rabattcode zu verwenden wie den, den du rein zufällig in der Beschreibung findest, bereits angewendet, um bei deinem Kauf Geld zu sparen. Aber wenn du nach einem kostenlosen NordVPN-Konto suchst, sind sieben Tage lang nicht das Limit. Du kannst weitere 30 Tage mit der Geld-zurück-Garantie bekommen. Ein Nachteil ist, dass du für einen Monat im Voraus bezahlst und dein Geld erst nach einem Monat zurückbekommst. Aber in beiden Augen ist das schon irgendwie kostenlos, da du keinen Cent ausgibst. Zumal es sehr einfach ist, deine Rückerstattung zu bekommen. Auf dem Handy erledigt der Google Play Store oder der Apple App Store die Rückerstattung in einigen Minuten. Auf dem PC ist es etwas komplizierter, in meinem Falle musste ich mit dem Kunden Support sprechen. Da ich den Support aber immer über einen 24-7-Live-Chat erreichen kann, gab es keine Probleme und ich bekam die Rückerstattung ohne Fragen gestellt zu bekommen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie für alle Abonnements gilt, auch für die, die du mit Rabatten erworben hast. Dank dieser Garantie habe ich nur ein paar Euro für einen Monat verloren und sie gleich danach zurückbekommen. Bis jetzt 37 Tage, aber da geht noch mehr. Alles, was du brauchst, ist ein Freund oder eine Freundin, denn im Moment hat das Freundschafts-Werbungsprogramm einen lächerlichen Wert, ganz ehrlich. Vor einiger Zeit habe ich einen Freund geworben und nachdem er NordVPN einen Monat lang genutzt hat, habe ich drei kostenlose Monate zusätzlich zu meinem NordVPN-Abo dazubekommen. Das Beste daran ist, dass mein Freund ebenfalls drei Monate bekommen hat, da er ein Jahresabonnement abgeschlossen hat. Hätte er ein Monatsabo abgeschlossen, hätten wir beide nur einen Monat bekommen. Das solltest du bedenken. Wenn du mehr als einen Freund hast, kannst du das so oft wiederholen, wie du willst und für dich und deine Freunde kostenlose Monate bekommen. Normalerweise bekommst du also 37 Tage kostenlos und dann zwischen einem und drei Gratis-Monate für jeden Freund, der deine Empfehlung für NordVPN nutzt. Wenn du Glück hast, kannst du NordVPN tatsächlich dauerhaft kostenlos nutzen. Ist das nicht toll? Jetzt weißt du, wie du NordVPN kostenlos bekommst und ich finde, das ist ein tolles Angebot, wenn man bedenkt, dass NordVPN im Moment an der Spitze der VPN-Dienste steht. Es bietet eine Menge weiterer Sicherheitsfunktionen, darunter eine, die Malware-Downloads, Tracker, bösartige Websites und mehr erkennt und blockiert. Außerdem fand ich NordVPN ziemlich gut, um die meisten Streaming-Plattformen auf der ganzen Welt zu sehen. Es hält etwa 90% meiner Geschwindigkeit und keine Lags unterbrechen meinen Streaming-Prozess. Auch fürs Torrenting bietet NordVPN viele optimierte Server, sodass meine Geschwindigkeit auf einem hohen Niveau bleibt und verdeckte Server meine Aktivitäten vor den Sperren meines Providers schützen. Wenn du dir NordVPN zulegen willst, hol dir diesen NordVPN-Gutscheincode für 2024 für deine Geld-Zurück-Garantie, um deine Ausgaben zu minimieren. Lass mich wissen, wie deine Erfahrungen mit NordVPN waren. Danke fürs Zuschauen und bis bald zu einem anderen Video.